Musik Angross, seid wieder wohl kennt. Lernen, Kornen, Rehen oder Leibwurstieren mehrerer Beziehung hilft hier in seiner Behemmung. Und diese ist lei Ommers von guten Sachen, wo da geht zu er so in Doppelzungen. Und lei Ommers von Sachen, wo da sein Kind ausgeredet in Abastreff, als 23. März, im Kulturinstitut. Wie wollen Sie die offizielle Zungen von der Europäischen Union? Welche seid ihr gut zu gedenken? Wie wollen Sie die Zungen kommen da geredet in unserer Provinz? No, was da kühlt die Zellung von 2000 Kunuleve? In Wirbel d'Huam rehen ein anderer Zungen, was da Beleze? Bele sind die fünf Zungen mehrer geredet in die Provinz von Tria? In Europa, so in der acht Länder, wo da schier alle die Leute rehen drei Zungen, um Beleze? Echt die fünf Fragen, wo die zungen kommen, aber die zungen sind nicht. Sie können die Zungen kommen, um die zungen zu tun, um 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 zu tun. Auf diese Fragen, und auf viel anders, hat er geredet am Ende, am 23. März, die Professorin Patrizia Gordin, wo der Trianer Universität, auch im Kulturinstitut. Haltantekund, dass die Städte, wo die Europäische Union sind in 2012, in 2012 sollen die zungen nicht sein sollen. Und so ist. Aber Bele? Die Zungen sind ein bisschen in Bele. Und heute hat er nicht gehört, dass in unserer Provinz die ältere Beleze und in die drei Zungen von historischen Minderheiten Luzern, Berzentöller und Ladiner 100 und 14 Zungen von Afrika, Europäische, Asiatische und Südamerikä. Daher, leider 45 Prozent, reden im trener Dialekt. Das mehrste sollen die geredet fremde Zungen. Was diese hat man geredet, aber die wichtigste Frage, die das härter Kind gemacht hat, ist. Und warum lernen mehrere Zungen, und wir tun, zu lernen, sie am besten. Können mehrere Zungen, hilft nicht allein, zu machen, sie wurschtieren. Aber es gibt, und passt mehr in den Hirn. Wer da ist Doppelzungen, ist Behemmiger. Nicht mehr Intelligente, aber Behemmiger in die Sachen der Boll. Und wir tun die Kinder auch Doppelzungen, Hör an terren, natürlich. Hör an terren, mehrere Läut, und will, lesantenao, störgerla. Zirn ist netta Pallule, wo da sie aufwild herta märer, man Organismo, wo da sie vornaugert, uhr vor uhr. Bei soin sind ja noch ein paar Ziele, die wird, wo da anzulisieren, oder auf die hohe Ebene, hevante auch vom Wechandar. Finaus kann und anperren, unsere Volontarge von Rohatzkreuz, so ein Zuergeloft, zu geben Hilfe an Leuten, wo den so eingetont wäre, oder wo der so eingestont lädt. Und vor Dizza, man kann sicher, wo Geld kommt, zu haben an so ein Servizio. So will, che bei soin sind ja noch ein paar Ziele, und am Wechandar ist gerivt. Hörbar. In Jahr 2003, in Läut, wo Rohatzkreuz war vollgraht, ist ein Kind in Sint, so lega mit Nondar, angelirnaten und erkenneten Infermier, vor Arbeit, mit einem Volontarge, wo da wird in Auto, an gutem Auto, als per Jeep, wo er mit einem Volontarge mit einem Volontarge mit einem Ziembruch, in der Hilfe zu geben, bei einer Urgenz. In Jahr 2006, die Provinciale Provinciale für die Servizie Sanitäre, mit einem Lokal-Ziembruch mit einem Ziembruch, in der Ziembruch, in Jahr 2003, die Provinciale für die Servizie Sanitäre in der Ziembruch, 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 weil es mehr Leute in unseren Pern, und so, weil man mehr Menschen da hat. Die Autosanitäre ist viel behemmig, und man geht in Palle in die Plätze, wo die Vorher kommen, schädigende Sachen, und kann helfen, in der Ziembruch, wo die Ambulanz, und sie, dass diese Menschen auszitzen, und noch jemanden in der Ziembruch, bis zum Hospital. Als die Ambulanz geht, die Ambulanz in der Ziembruch, und der Inferner ist vor Ort, wo andere Interventi, nachher zu sein. Der Inferner kann die Ziembruch was zu tun, in der Ziembruch, was er hat mit dem Doktor von 180, und die Ziembruch in der Ziembruch, in der Ziembruch, und die Menschen kann sich nicht auf dem Weg zurückkommen. Und dann kann sie wissen, was sie zu tun in der Ziembruch in der Ziembruch. Seit dem Arbeitsplatz der Autosanitäre hat eine neue Seite in der Ziembruch wurde in der Ziembruch geflogen, zu verabschiedern, aber in der Ziembruch ist im Centro-Civik und in der Ziembruch in der Ziembruch nachher, zu verabschiedern. Die Ziele sind in der Ziembruch in der Ziembruch und der Ziembruch und die Volontage man arbeitet all'ora besser. Die Autosanitäre ist kein Ziembruch eine ganz gute Sache, wo da ist, aber kein Mann genug wo esempio wo pläse andere Länder wo der Provinz. Die Ziembruch von Veneto sollen in Bieder gezotüren so suchen, so unterstützen dasselbe die Ziembruch zunehmen nützen moderne Dinge. Hörbar. Die Autosanitäre ist der Name von neige Gruppe Facebook wo man auch drehen oder besser schreien lei aus Bieder oder in der Ziembruch von Siem und von Dreizakamönder. Der Gruppe ist kennt auch der Regionale von Veneto Stefano Valdegamberi wo der Ziembruch und der Student Federico Preso wo der Ziembruch 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 Grammatik und die Klone wo der Ziembruch wo der Ziembruch die Ziembruch alle Tage wo der Ziembruch in der Ziembruch in der Ziembruch wo der Ziembruch Antonio Fabrisch und wo Carlo Nordera in der Ziembruch wo der Ziembruch Elidio Faggioni und wie anders. In Gruppo haben die Sagen um mehr als 100 Leute wo der Juni in der Familie oder wo der Ziembruch oder in der Kursi wo der Kuratorium wo der Ziembruch oder wo der Bosch in der Ziembruch wo der Ziembruch wo der Ziembruch in der Ziembruch Sie sehen dass die Ziembruch die Ziembruch in der Ziembruch und dann sieht man dass die Ziembruch die Zeit wo der Bewechselt. Durch Internet und noch mehr bei Facebook kann man sie wenden und schauen Zeit und Arbeit niemand überhaupt die Ziembruch wo der Ziembruch die Ziembruch die Ziembruch wie sie wie die Leute im ganzen Ausleih in Start Bibliothek wo die die Kinder im Wörter der Wörter. Und in dieser Zeitpunkt, in diesem Platz, wo die vier und ein halbes Woche alle Kinder in diese Wörter sind. In dieser Zeit wird die Bibliothek in der Bibliothek bezahlt von drei Euro. Und in diesem Zeitpunkt, am 6 April, die drei Tage in diesem Jahr, Das war die Auslegung von 2015 von Dokumentationszentrum Lusern. Hier wurde es geknöppelt von Lusern, in denen die Abitur und Merletti die Geschichte erzählen. Dies wird dieser Buch ausgesprochen. Untertitelung des ZDF, 2020